Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Lara, du hast es gespürt, oder etwa nicht? Erdbeben sind normal. Ein Tsunami rollt auf uns zu. Und das ist nur die erste von vielen Katastrophen. Das ist deine Schuld. Du hattest das doch auch gemacht. Kalt. Ja. Du hast den Schlüssel entfernt und dadurch die Akkalypse ausgelöst. Ist dir eigentlich bewusst, was du angerichtet hast? Die Säuberung hat begonnen. Jetzt liegt es an mir allein, sie zu stoppen, bevor es zu spät ist. Die Säuberung hat es zu spät ist, sie zu spät ist, sie zu spät ist, sie zu spät ist, sie zu spät ist. Die Säuberung hat es zu spät ist, sie zu spät ist, sie zu spät ist, sie zu spät ist, sie zu spät ist. Die Säuberung hat es zu spät ist, sie zu spät ist, sie zu spät ist, sie zu spät ist, sie zu spät ist. Die Säuberung hat es zu spät ist, sie zu spät ist, sie zu spät ist, sie zu spät liberty und irgendetwas überraschen. Ja. Die Säuberung hat es zu spät ist, sie zu spätiéte, sie für sie verifiziert. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Diese Menschen brauchen uns hier. Wir können jetzt etwas Gutes tun. Abgesehen davon, was haben wir schon groß in der Hand? Ein Rätsel? Wir brauchen ein bisschen mehr als rosa Fisch und silberne Kronen, wenn wir diese Stadt finden wollen. Ich muss diesen Menschen helfen. Dann besorge ich ein Flugzeug. Dann besorge ich ein Flugzeug. Dann besuche ich ein Flugzeug. Die Silberkrone ist wahrscheinlich... ...Wolkenband. Ein bisschen Regen. Wir konzentrieren uns auf den Berg mit Wolken. Ein Berg mit Wolken. Wenn wir ihn finden, woher wissen wir, dass er es ist? Ja. Ja. Okay. Aber können wir ganz sicher sein? Jonah, während ich vorhin den Dolch in der Hand hielt... Du meinst das Beben vor dem Tsunami? Mehr als das. Es erschien mir, als hätte ich etwas erweckt. Ich weiß, das klingt völlig unrealistisch und ist schwer zu glauben. Aber ich bitte dich, mir zu vertrauen. Wir müssen einander vertrauen. Hey, da drüben ist vielleicht was. Wirklich? Das ist es! Der Sturm gefällt mir nicht. Versuchen wir es morgen nochmal. Wir sind schon so nah dran. Trinity würde sich davon auch nicht abhalten lassen. Ja, ich kann euch bei Kovac Jako absetzen. Dann los! Das ist doch nicht so nah dran. Der Sturm gefällt ihn nicht. Dann elcheinander die andere Leute aus. Nein! 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 We can't let Trinity get hold of this. Let's think this through. Do you realize the tragedy you have unleashed? The cleansing has begun. It falls to me now to stop it before it consumes us all. What have I done? I know that it's not practical. I know that it's hard to believe. You don't know that you can't solve this, Lara! You need... I know that it's hard to believe. I know that it's hard to believe. I know that it's hard to believe. I know that it's hard to believe.